Guten Abend, äh, guten Tag, guten Abend, wie auch immer. Wir versuchen eine Runde, äh, ATM zu spielen, aber wir sind drin. Willkommen, 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 so, Diamant, Tweet, so, wie viele haben wir denn hier drin? Vier, 16 Stück brauchen wir noch und Tronic ist online. Nice. Also holen wir hier erstmal unsere Bienen wieder raus. Okay, er ist nicht online. Nein, er steht in der Gegend rum und schreibt nur mit dem Chat. Ja. Und er guckt auch nicht den Stream, offensichtlich. Hi. So. Ah, jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Egg. Treat. So. So. so und damit sollten wir jetzt ein paar bienen herstellen können und zwar alle die wir brauchen so und ich habe meinen tisch hochgestellt ich habe mir so füße geholt womit man den tisch ein bisschen höher bekommt weil ich den verdacht habe dass der tisch einfach zu niedrig war und ich dann irgendwann total gebuckelt saß deswegen weiß ich gerade nicht ob die kamera die sieht in ordnung aus oh nice da müsst ihr dann bescheid sagen dem will ich einmal beiwohnen wohnen so 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 So... Stela... Oh mein Gott. Ähm... Experified... So... So... Okay... So... So... Ah... Braucht das lange? So... 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 ... Untertitelung des ZDF, 2020 Das dauert alles immer und bitten Untertitelung des ZDF, 2020 So geht es jetzt zum Glück ein bisschen schneller Schön, damit kriegen wir das relativ schnell hier hin 1, 2, 3, 4 Und noch ein paar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Zwei, drei, vier. Zwei, drei. Zwei, drei. Zwei, drei. So, kann man den eigentlich nach Stufe vier machen? Zwei, drei, vier. Zwei, drei. Okay, Triss. Zwei, drei. 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 Nice. Damit haben wir alle auf Very High. Zwei. 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 Ich habe doch hier gerade was gehört. Guten Tag, warte. Ich brauche die Phantome. Wow, es war nur einer. Besser als keiner. Ja. Danke schön. Jo, bitte bitte. Und habt ihr die Crafting Station schon? Weil die hatte ich noch nie gesehen. Ja, dann muss ich sie töten. Jo. Oh Gott. Achso. Jetzt muss ich bloß überlegen, wo war denn das jetzt? Ich falle auf mich hier immer wieder. Sag ich mal, falsche Ecke. Das sieht ja auch nicht alles identisch aus. Sag ich mal, vier Ecken? Oder war das so eher in der E-Tage runter? Äh, gute Frage. Irgendwo hat er so aufgebaut. Ich habe es ja selber noch angeschlossen. Hm. Also hier hinten war sie nicht. Geht doch, doch oben. Oh. Oh. Hier haben wir ja auch den Patrick Star zusammen gewollt. Ah. Muss das eigentlich in der richtigen Reihenfolge sein oder ist das egal? Gute Frage. Also ich habe das mitten mit Xnet verbunden. Äh. Ne, ich meine hier die Striche auf dem Crafter. Also die müssen dann mal zum Schluss, dass alles in der Mitte landet halt. Ah, okay. Also dann alles hier. Ich habe hier hinten alles mit Xnet verbunden. Oha. Und dann. Ah. Oh Gott. Wie lange hast du dafür gebraucht? Circa 20. 20, 25 Minuten. Oh Gott. Geht eigentlich gut. Ja. Du musst ja jeden einzelnen benennen. Dementsprechend. Cool. Ja. Außer er will das gleiche Konstrukt nochmal aufbauen. Gott. Im Endeffekt fehlen jetzt noch drei Rezepte. Ja. Und was fehlt denn noch bei euch? Ne. Muss halt bloß noch zusammengecraftet werden. Aber da muss er sich noch ein paar Sachen angucken. Ah, okay. Ich habe Master of Elements. Master of Dragons. Und Master of Space. Wie kompliziert war Master of Space? Es geht. Es geht. Der Anfang war ein bisschen kompliziert, aber dann ging es eigentlich. Gott, das sieht alles sehr kompliziert aus. Warte. Ich empfehle. Auf alle Fälle. Weil wir sagen mal, mit welchem Bauen geht. Ähm. Master of Reality. Darfst du nichts in der Hand haben. Also fast nichts. Also fast alles ins Autocraft rein am besten. Okay. Weil sonst nimmt der das nicht an. Als Rezept allgemein nimmt der das nicht an. Na ja. Ah, okay. Weil den Taschen, sobald du den Taschenrechner zum Beispiel in der Hand nimmst, sieht der das Rezept nicht mehr an. Ah. Okay. Der muss dann die ganze Zeit im Inventar bleiben oder was, weil der sonst gelockt wird. Nee. Nee. Im Inventar darfst du nicht. Äh, ne. Ich mein, ähm, ähm. Refined Storage oder sowas. Ja. Genau. Weil sobald du manche Sachen im Inventar hast, bautet nicht mehr hin. Oh Gott. Alles vorbei. Ganzes Rezept in Marsch. Haha. Das ist doch schön. Ja. Ich hab ein paar mal die Chestplate zum Beispiel machen dürfen. Haha. Die Viecher zu finden, das war auch lustig. Ja, das glaub ich grad. Okay, aber der Rest hiervon ist ja easy going, ne? Hm. Ja, den Koloss hast du ja jetzt schon, ne? Ja genau, den hab ich euch abgezockt. Ja. Äh. Weiß ich gar nicht. Wegen wegen der Kreativ-Listens? Ja, auf jeden Fall. Ja. 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 Ich weiß, was ich machen werde. Ähm. Ich glaub ich mach mal alle, ähm, Mystical-Agrikultur-Bienen. Ja. Ja. Wird ein bisschen nervig, aber... Naja. Muss halt auch sein. Ja, genau. Jo, dann... Viel Spaß noch. Und sagt unbedingt Bescheid, wenn ihr den Star macht. Das will ich auch sehen. Ja. Sobald Kelvin sich meldet. Jo. Okay. Bis später. Bis dann. So. Aber vorher werde ich noch mal gucken. Kann man eigentlich... Gibt es eine Stufe... Vier? Ähm. 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 Es geht sogar Stufe 5. Komm, machen wir das doch. Upgraden wir die beiden erstmal. 2, 3, 4. Und eine Schüsselpudelstarkstor. Damit das hier auch fancy aussieht. Oh, ich habe den Hammer vergessen. Was brauche ich noch? Drangstile und Dark Nether Stars. Dark Nether Stars 2. Habe ich sie? Ja. Ähm, wie hieß denn das andere noch? Ich brauche einen Dragon Head. Ach, ich habe sogar Scales. Und, was fehlt mir hier noch? Äh, ein Stellaritblock. So, dann würde ich sagen, hauen wir mal das nächste Upgrade an. Das ist jetzt die Forge Stufe 4. Und dann machen wir gleich noch Forge Stufe 5. Kaffee trinken kann ich auch nicht. Oh. Dann müsste das ja jetzt gleich... ...machen. Na komm. Zeig deine Magie. Ich wusste, dass es irgendwann kommt. Trotzdem habe ich mich erschrocken. Ist ja mal kacke. So. Das füllt sich gerade alles wieder. Ja. Dann... Lassen wir das mal eben auffüllen. Also. Ding. 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 Oh. Einen vergessen. Da. 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 No real... Souls. Ach du kacke wieviel brauchen das. Blood hat er genutigt. Aural. Okay. Hammer Time. Und wir starten gleich in Stufe 5 rein. Passiert nicht, weil zu wenig. Moment. 20.000 Blut. Erfahrung brauchen wir. Souls 500 und Aurel 5000. Wie viel Aurel haben wir denn? Zu wenig Blut haben wir genügend. Das heißt, wir brauchen noch dieses Aurel. Das brauchen wir ein bisschen. Okay. Ja, dann warten wir erst mal. So, jetzt wird's lustig. Also. Reiß ich das hier ab? Oder baue ich das? Ich glaube, ich baue das hier drüben. Ich glaube, ich baue das hier drüben. Weckleit. Obwohl die... Prosperity. Dafür brauchen wir Crystalline Bee. Zehn Stück. Alter. Was ist denn mit der Überwachungskamera los? Bewegung erkannt? Im Momentum, meine Überwachungskamera dreht durch. So. Richtig. Einstellen. Stummschalten für... Acht Stunden. Oh, dann ist was jetzt schon mal für acht Stunden. Dumpst. So. Crystalline Bees. Okay. So. So. Prosperity. So. 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 Äh, ich... Gott. Ichs nöt. 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 Ichs nötig. 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 So. Ichs nötig. 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 Flair. Und wieder Dirt drauf. Haben wir diese Schrägen? Nee. Okay, das war falsch. So, wir werden den. Okay. 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 Dann machen wir erstmal die Corners. Okay. 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 So cool. So cool. Oh. So cool. 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 Jetzt fehlt mir noch eine. So cool. 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 Dividi und acht Stück, damit wir die Prosperity bekommen. Das Man Cannot Breed Under Some Self ist natürlich echt blöd, aber naja, so. Crystalline, Crystalline. Okay. So. Oh. Okay, wie machen wir das am geschicktesten? Also, wir brauchen einen Router. Dispenser. War doch hier ein Dispenser, ne? Ja, war ein Dispenser. So. Pipes. Frensch. Frensch. Klaas. habe ich noch sleeping in the cold upgrade to infuse okay oh Dispenser habe ich weggelegt, okay Düs Penda Penda Oh Kacke Incubator Export Das war's. Huh. Ahhhh. Ah, Christ. Ah, Christ. Verdammt. So, was ist das? Break-Modul. Placer-Modul. Gate. Gate. Prosperity. Tie-tie. Alright. I don't know. Peace. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Uh, bouton? Okay. Das hat geklappt. Cage? Okay. Also. Butler? Okay. 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 Dann raten wir das hier mal eben. Okay. 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 Piston. Piston. Exporter. Crafter. Crafter. Und ein Speed Upgrade brauchen wir noch. Dann machen wir eben ein Crafting Rezept für Prosperity. 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 Ne. Äh, hier. So, dann haben wir das fertig. Wieviel haben wir denn hier schon... Oh. Treats. So. 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 Dann machen wir doch mal Upgrade Stufe 5. So. 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 Und das war dann die letzte Stufe. Stufe 5. Ich hab keine Ahnung was wir damit machen können. Ich hab keine Ahnung was wir damit machen können. So. 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 Smelter Prism. Wofür brauche ich denn? Wofür kann ich die denn brauchen? Smitting. Tier 3. Joa, also gar nicht. Okay. Aber wir haben sie eine Stufe höher. Das ist schon mal gut. Und wie hießen die? Timer. Timer. Habe ich zwei. Und der hier ist noch mit einem Repeater. Oh mein Gott. Was kann ich denn mit denen machen? Vielleicht sollte ich das als nächstes machen. Oh mein Gott. Ähm, create. Ähm, create. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Dann brauche ich noch vier Stück. So, was wollte ich jetzt? Ach, ähm... Industrial for going. So. Ob Crusher. Okay, den habe ich. Ähm... Dafür brauche ich Latex. Fluid Ad Extractor. So. 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 Laserbeast. Äthergast. So. 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 Infinity Storage ist fertig. So. 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 1, 2, 3, 4, 5 und dann mit der French wo ist denn der Fluid Extractor jetzt schon wieder? Blockplacer, Fluid Saving Machine, Block Breaker, Mob Detektor Akazien Lock, habe ich denn Akazien? Akaz, ich habe hier zwar was, aber... Wood Essence, wie kriege ich denn Wood Essence? Ah... 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 Schmerzen Schebesen So, wollen wir dann hier... Echsen-nitz. So, der Controller... Okay. Also... Echsen-nitz. Point. Echsen-nitz. 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 Okay. Kommt das weg. Das weg. Okay. 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 So. Ähm... Kabel. Oh krass. Heustet-at-maximum. Ist klar. Importer. Importer. Exporter. Und noch ein Exporter. So. Barrel. Barrel. Eingang. Ausgang. Und ein Tank. Liquid Cruise. Water. Speed. Oh. Moment. Wetter. Wetter. Die sollen wir mal eben wegschmeißen. Wetter. 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 Seat. Ne. Ne. Oh kacke. Barrel. Gab es hier irgendwie einen Iron-Upgrade? Iron. Das müsste doch ausreichen. Ja. Ja, super. Ja, super. Okay, die habe ich nicht, wo es sieht. Okay. Rest. Okay. Ah, Izzel. Und Seeds. Redstone Block oben drauf. 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 Okay. Krass. Wo ist die? Ah, da. Wo ist die? Ja, wie schnell die wachsen. Achso, ja. Äh, was brauchst du denn vom Sniffer? Den Sniffer an sich dabei. Achso. Einmal gehalten haben. Achso, okay. Sommelst du jetzt Archivements oder was? Nö, Archivements nicht. Das ist... Start-up beginn. Chapter 1. Ah, okay. Ja, das habe ich komplett durch. Der Sniffer war noch nicht da. Oh. Was brauchst du noch? Hast du von Mystical Agriculture... Ähm, wie heißen sie gleich noch? Äh, Woodseeds? Nö. Ich habe sie nicht. Nur angepflanzt. Ah, okay. Ja, ne. Dann passt das. Ich brauche ein paar davon. Hm. Alles nur angepflanzt selber. Mehr stellen wir eigentlich nicht mehr, was wir selber brauchen. Ja. Woodseeds hat Kale nur ganz am Anfang gemacht und die sind in den Garden-Lotschen drin. Ah, okay. Ja. Und das geht jetzt hier komplett nach unten weg oder was? Genau. Warte, 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 warte. Zirka 60 Blöcke. Und kriegt die da viel Dirt raus? Hm, Dirt. Hier ist eine Dirt-Pflanze. Ach ja, das ist wie egal. Irgendwas war das. Okay. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich wegen den Dinger. Ja. Muss man gerade auch überlegen. Ach, wir hast doch jetzt was hier. Oh Gott. Ich vergesse die Hälfte immer. Ja, alles gut. Ja, man braucht... Ah, hier. Sechs mal Dirt auf einmal oder so. Naja. Naja, das auch. Aber... Für irgendwas zum Herstellen muss ich halt immer. Ah, okay. Äh, vielleicht für Sand und so weiter? Ne, Sand glaube ich jetzt nicht. Okay. Joa, ich mach da mal weiter. Joa. Viel Spaß noch mit den Achievements. Ein bisschen was sammeln. Joa. Joa. So. Seed. Die Dark und Essenzen. Acht. Pfff. Chți. Okay, ich sollte das hier auch mit Wie heißt das gleich noch? Mit, mit Zwei, drei So Äh Ah, wie heißt das denn gleich noch? Oh, wie viele habe ich hier schon drin? Das sollte erstmal reichen Oh, oh Oh, falsch rum Oh Ah Ah, okay Ja, ich war mir unsicher Ähm Ich habe es aber genauso Oh Das war's für heute. Nice, dann brauchen wir hier erstmal ein bisschen Folter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Funktioniert das? Oh verdammt, deswegen sollte das nicht da rein. Ach verdammt. Funktioniert das? Funktioniert das? Funktioniert das? Funktioniert das? Funktioniert das? Das habe ich ja völlig vergessen. Funktioniert das? Funktioniert das? Okay. Okay. Wieso kommen hier noch mehr rein? Wieso kommen hier? Wieso kommen hier? Wieso kommen hier? Ich habe jetzt Prosperity bekommen. Top. Hier war das so. Also. Wir brauchen Bow. Okay. Das kann man craften. Habe ich hier einen Craft-Arbeit drin? Okay. 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 Und wie hießen das andere? Okay. Kann ich den schon herstellen? Okay. 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 Ein Stück. Sollte doch reichen, oder? Okay. 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 Hey. Industrial Foregoing zu machen und Thermal und Mystic Agriculture, alles zusammen. Ja und jetzt stelle ich Upgrades her. Thermal. Weil ich den Foto-Dingenskirchen machen will. Den hier. Äh, ja. Oh, hier war es. Ähm, das dauert halt nur alles sehr lange, ne? Äh, so. Aber, dann können wir gleich mal mit dem hier weitermachen. Äh, dafür brauchen wir X net, weil ich bin ja faul. Und, ähm, ich automatisiere sowas immer gerne, sofort. Mit X net kann man das echt gut automatisieren. Und, äh, der hier muss 1 sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, der hier ist 8. Alter. Alter. Das war's. Okay, tja, ähm, dann müsst ihr dagegen anarbeiten, eindeutig. So, also, die Idee dahinter ist es, äh, bei Mystic Agriculture kann man das immer automatisch mit dem Redstone-Block auslösen lassen. Ja, das ist ja echt geil, muss alles automatisiert werden. Also, und dann kann man hier einfach über Xnet alles anfordern lassen mit Refined Storage. Kann man dann Rezepte auslösen und die dann nach und nach einspielen lassen. So, und das bauen wir jetzt. Ist am Anfang ein bisschen nervig, sich da reinzudenken. Ups. Aber irgendwann kommt das dann. So, Xnet und... Haha. Ja. Aber irgendwann... Was soll denn das? Oder liegt das jetzt daran, dass ich den Block in der Hand hab? Oh. Das sieht ja kacke aus. Nehmen wir da einfach wirklich Dirt. Hä? Hä? Ich verstehe es nicht. Oder ist das hier? Die sind alle noch da und die hier sind... Ah! Die sind kaputt gegangen. Ey nicht schon wieder mobben wegen meinem Refined Storage. Alter. Ist das? Ja, anscheinend ist es kaputt. Was? RF-Bedingungen? Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Okay. Tja. Da sind wir dann besser. Hehe. Hä? Achso. Ich habe hier eine Bienenquetsche gebaut. Ich hoffe, das ist nicht problematisch. Hehe. Hahaha. Hahaha. Und die macht hier automatisch Prosperity Bees. Damit wir die Gen-Samples davon bekommen. So. Ach, was? Kacke. Xnet, Flux Point und von denen hier nochmal ein paar. Und den Controller. So, 4, 3, 5, 2, 6, 1, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Die werden trotzdem noch erkannt. Ich stelle keine Fragen mehr. Ja. Okay. 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 Ähm. Dings. Rechts. Dings. 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 Ah kacke Die müssen ja hier hin Und zwar aus folgendem Grund So Links Rechts Den nennen wir Wareneingang Achso ok Ja ME Ich weiß nicht Hab ich auch nie Lust zu Jetzt habe ich vergessen Ferrell Ah Dann nehmen wir Stone Irgendwas schönes Kommt den hier So Okay Ja ich baue wirklich außerordentlich gerne immer dit ähm Refined storage Irgendwie Kann ich damit besser um French So Dann können wir das hier zum Beispiel whitelisten Und den hier reinpacken Und hier können wir die Essenzen reinpacken Ok Also Linkes Barrel Geht auf Was geht dit Ich will Create Das hier ist Extract Single Das hier Auch nicht hier rauf Und sieben Das hier ist rechtes Barrel Create Create Extract Hier kommt insert rein Hier 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 Und hier So Das heißt Wird dit Ja ist natürlich die Frage Bei so ein Projekt mäßig Würde ich sagen Da Rusht man auch eher durch Um dann Ein Ziel zu Erreichen Wenn man das dann privat spielt Und Man weiß Man spielt das Länger Dann würde ich sagen Würde ich da auch eher Auf die Richtung gehen Dass man dann vernünftiger baut Habe ich irgendwie das Gefühl Also im Technischen Bereich Okay So Was ist denn der Next Step Was ist denn der Das ist Was ist denn der Was ist denn der Zitzen Ja, das meine ich halt. Also ich glaube, wenn es die eigene, wirklich eigeneigene Welt ist, da kann ich das sogar völlig nachvollziehen. So, wenn ich das jetzt da. Extract. So, okay. 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 So, yeah. Oh ne, wird so ein. Um, a roo. Um, a roo. Boah, wie freut ich. Also das ist echt schade. Ich habe hier leider auch nichts rumliegen, was hier servermäßig gleich kommt. Weil dit ist echt schade. Also das ist echt schade. Also das ist echt schade. Ja und je nach server brauchst du dann auch noch ein vernünftiges netzteil. Und ja, Gehäuse, je nachdem, was du wirklich machen willst, ne? Also da kommt es ja wirklich drauf an. Willst du einfach wirklich nur... Und dann in einem stinknormalen PC-Gehäuse. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. 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 Ich guck grad. Ja. Da müsste ich mich echt reindenken. So gehen wir Prosperity 12 Wie kriege ich denn das? Kann ich das einfach so zusammen bauen? Ups Wie kriege ich das? Wie kriege ich das? Ah Also Prosperity Oh Gott oh Gott oh Gott Oh kacke Dankeschön Killerzunge und hi Oh Also das ist ja Völlig krass Killerzunge Ja da bin ich ganz auf deiner Seite Hier wird mir zwar hart widersprochen aber Ich bin da Auch er Ich bin da Oh. Oh. Ja, und vor allem Farming Sim ist ja jetzt nicht ein kleines Spiel, sondern das ist ja echt riesig. Deswegen hätte ich damit ja eher gerechnet. Und vor allem da sind ja sehr viele Leute drin. Also es ist nicht nachvollziehbar, würde ich jetzt für mich zumindest sagen. Also. No. Fertig. Wie heißt das? Tertif. Ja, das kannst du doch aber eigentlich keinem erzählen. Also, es gibt keinen. Ich weiß, Gewinnmaximierung und, 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 ne? Aber trotzdem. Auch mich super, so, Supreme. Oh, ich, Idiot. So, Feri. Oh. 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 Hey. Okay. Okay. Alter. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, 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 oh. So, den will ich herstellen, dafür brauche ich Insanium Essenzen. Ist das jetzt auch bugged? Ah, doch nicht. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja genau, total der Kack. 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 So... 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 Neee. So. So. Das war's für heute. 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 Ja, definitiv. Ich wollte jetzt die ganzen Bienen fertig machen und dafür bräuchte ich das hier jetzt. Und Kevin hat sich immer noch nicht gemeldet? Nö, bis jetzt noch nicht. Ich hab ihn schon per DC angeschrieben. Ja, der wird sich noch melden. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, ich dachte mir für die Bienen ausbauen. Und ich wollte noch hier. Und... ... und, 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 und... ... und, und... ... noch zusätzlich Bienen bauen. Okay. Also so, wie ihr das eigentlich auch gemacht hattet. Und vielleicht gibt es ja noch andere Mods, die auch noch irgendwelche Bienen zur Verfügung stellen. Bestimmt. Bestimmt. Für die Reaktoren brauchst du später auch noch die Bienen ordentlich. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein extremer Reaktor. Ja. Ja, die, äh, kann man da drüber auch herstellen. Hatte ich schon gesehen. Hm. Aber erstmal anlaufen. Du musst ja erstmal den Kreislauf haben eh mal. Ja. Das geht. Mal gucken. Du und dein Killer. Der ist doch schön. Jo. Hat zwar ewig gedauert, aber... Ich hab auch im Keller angefangen. Ja, hab ich gesehen. Und jetzt? Jetzt bin ich irgendwo weit oben. Ja. Ich find auch mittlerweile sieht das auf der Karte ziemlich gut aus. Hm. Hm. So nach und nach wird's halt. Ja. Spielt René eigentlich noch? Kein Plan. Dafür kann man nicht lang, lange mehr sehen. Ja, ich wollt grad sagen, ich seh irgendwie nur noch uns drei. Hm. Hm. Na, es ist da. Startetauer ist noch ab und zu. Ja, okay. Ja, den seh ich zwischendurch, aber da weiß ich gar nicht, was der macht. Hm. Kein Plan. Aber ist es drin? Keiner. Ja. Das einzige, was ich immer sehe, ist bei Discord, dass die irgendwas anderes spielen. Call of Duty meistens. Hm. Oh. Ja, so oft schon drauf angesprochen wird, weil so die leeren Shanks hier mal wegmachen wollten. Die geklemmten. Ah, okay. Ja, zumindest die, die nicht mehr spielen können, ne? Ja, wird ja Sinn machen, ne? Oh. Vor allem, wenn die dann noch irgendwie, ähm, wie heißt das gleich noch? Ähm, Forced Loading haben, wirkt sich natürlich dann auch auf die Performance aus. Hm. Na, ich sag mal so, hier zum Beispiel hier neben mir, das rote, die war ja eh mal oder zweimal drauf. Halt, die hat irgendwie einen Turm gebaut und mehr hab ich auch nicht gesehen. Ne, neben mir, die hat gar nicht gebaut. Ach, das lila, ne? Oder pinke? Achso, ich seh hier nur einen Turm drauf, deswegen. Und vielleicht war das von Anfang an. Oh ja, war von Anfang an, so sieht's auch aus. Ja. Ja. Das da, du Feuer, der ist ja ein Stück weiter weg. Ja, genau. Der hat... Ja, also... Ja, kommen wir schon. Ja, René hat mich gestern nur gefragt, ob ich schon mal, ähm, wie heißt das gleich noch? Ähm, Sons of the Forest gespielt hab. Ja. Also das Neue. Äh, ja. Was heißt das? Äh, ja zum Release. Okay. Ist ja schon ein bisschen her. Ja, mittlerweile glaub ich ein Ja, oder? Ja, fast ja. Hat sich einiges getan. Ich wollt grad sagen. Also als ich das gespielt hab, konnte man noch keine Kabel verlegen. Vielen Dank. Das war's. Du und deine Tötungsmaschine hier vorne. Ja, ich brauch Prosperity Bean. Ah. Und die kannst du halt nicht züchten, sondern musst ihr einen Block ins Gesicht drücken, damit du die Biene bekommst. Und dann brauchst du das Erbgut davon, damit du die weiterentwickeln kannst. Hm, ich weiß, wir haben sie ja schon. Auch die Inferium Bean, wie heißen sie denn? Nein, die haben wir nicht. Genau, die stelle ich gerade her. Aber wie gesagt, da haben wir ja genug. Jo. Sonst hätte ich ja die Felder nicht bauen können. Ach ja, ja, warum? Weil das läuft ja alles nebenbei. Ich weiß nicht, in der Kiste habe ich, glaube ich, 6000 Insanium drin oder so. Ja, wie gesagt, das läuft einfach nebenbei und wenn es gebraucht wird, dann ist es da. Ja, so habe ich das auch geplant. Du machst halt, wenn es geht, über die Biene halt, ne? Ja, genau. Weil die produzieren dann doch ein wenig schneller. Das ist richtig. Vielen Dank. Das war's. Ja, dann werde ich mir mal meinen Paxel noch mal herstellen gehen. Dein was? Ein Paxel. Äh, war das hier Schaufel und Axt und so? Hm. Ah. Von dem alten Rollen. Ah. Oh Gott, über den Enchanting-Apparatus. Oh Gott, wie sieht das? Ich, wir hatten sie ja schon mal, aber Kevin hat sie verkraftet. Für, für was kannst du die denn verkraften? Ich weiß es nicht. Oh, du kannst da draußen Beehive machen. Hm, siehste. Ja, er muss ein Beehive draus gemacht haben. Wahrscheinlich. Oh Gott. Weil sie, weil sie im System lag, hat er ein Beehive draus gemacht. Und dann wahrscheinlich nicht mit exakt, exaktem Rezept, sondern irgendeins. Genau. Oh Gott. Ja, schade. Jetzt darf ich es mir heute noch mal machen. Ja, wie soll, die Mana wird ja wie so bei mir nebenbei generiert, bei der Mobfarm. Hm. Und von daher geht das alles. Danke, dir auch. Weißt du, ob bei Xnet nur noch eine gewisse Anzahl an Gegenständen, äh, hier, wie heißt das, Ports angeschlossen werden darf? Hm, nicht, dass ich das stehe. Warum? Äh, weil das Beehive nicht auftaucht. Oh. Das ist mal benannt. Oh Gott. Ja, man, man muss die Konnektoren händisch setzen, sonst werden die nicht erkannt. Hm. Okay, dann alles noch mal von vorne. Also ich hatte das eigentlich nicht. Also bei mir das jetzt noch nicht. Okay, ich habe die auch mit diesem Copy-Paste-Tool gesetzt, ne? Ah, das, 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 ja, die muss ja händisch setzen, das ist richtig. Oh, was ein Kack. Ja. Das hatte ich bei mir, das ist richtig. Weil bei mir im Haus, also, da die ganzen Beehives, also die Kabel halt alle händisch gesetzt. Und dann so, dass Calvin halt bloß noch die Beehives draufsetzen muss. Hm. Weil er bereitet die Etage und so weiter vor, damit er ein Kabel verlegen kann. Ah, okay. Und sobald irgendwas Neues dazukommt, braucht er bloß noch die, die Boxen aufpacken. Ja. Aber so haben die eigentlich, wie gesagt, kein Level. War ich nämlich auch der Meinung. Das hat mich aber gerade ein bisschen irritiert. Aber, ja, das war der Copy and Pay. Ja. Ah ja, man hat ja sonst nichts zu tun. Wie? Ah doch, ganz viel. Ich denke mal, du bist noch ein Stück weiter entfernt vom Star, ne? Da, ich habe noch keine einzige Mission davon. Also, ja. Das dauert alles. Bist noch ein Stück entfernt von, okay. Ja, ich glaube, alles bräuchte ich noch echt lange für. Außer vielleicht, äh, hier den Master of Undead. Den würde ich vielleicht so hinkriegen. Nee, auch nicht. Ja, war alles, war alles ein weiter Weg. Ja, das glaube ich. Aber wäre ja sonst auch langweilig, wenn es nach... ...vier Stunden vorbei wäre. Ja, ich glaube, alles, war alles. Ah, hab ich da Bock drauf. So, war zum Glück gleich fertig. Dann können wir mit Industrial Forkering weitermachen, ich wollte nämlich für die Mobfarm einen Filter bauen. So, was heißt Filter? Und zwar wollte ich eigentlich, dass wenn Gegenstände reingezogen werden, vorher einmal überprüft wird, ob da ein Enchantment drauf ist. Das Enchantment sollte runtergezogen werden und dann alles andere soll dann eigentlich verschrottet werden oder in die Trashcan fließen. Genau. So. So. Oh Gott. So. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So Productivity Holy crap Glatt verschluckt So 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 Das können wir einmal gebrauchen So Dann brauchen wir noch eine gelbe Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das alles ist entstanden, weil ich hier ein bisschen Akazienholz holen wollte. Das war's. 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 Ah. 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 fahren. So und das heißt, ich kann Akazienholz über Akazienholz herstellen. So, dann. Ups. Viel weiter. Oh. Gate. Oh. Ach, das macht es okay. Oh Gott. Ich habe hier zu viele Souls. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wie heißt das Zeug? Fighter Da fehlt Da hab ich doch die Biene für, oder nicht? B und Creepy Da kommt das einfach mit der Produktion nicht hinterher Die kommen einfach nicht hinterher So, was wollte ich denn jetzt achten? Oben das Akazienholz So Die Porta Kabel Oh Das könnte natürlich auch irgendwann völlig übertrieben werden Oh 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Funktional Storage Funktional Storage Das war's. Gut. Oh. Krass. 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 Auf Wiedersehen. Oh, werde ich dann ja mal rausfinden, ne? So. 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 Mal davon mehrere einsetzen. Und dann haben wir hier Processing und Efficiency und Speed dann halt. Industrial. Okay. Okay. Was war das hier? Efficiency. Oh. Wieso hat das vier Slots? Können wir da noch Speed Tier 1 reinsetzen? So. Die Welttransporter sieht auch cool aus. So. Aber ich wollte... Enchant Sorter bauen. Simple Machine Frame. Dann mit rein. Warns Machine Frame. Pizze rein. Was ist das hier? Supreme. Der braucht dann Eater Gas. Was ist das? Okay. Enchantment Sorter. Enchantment Extractor. Der ist tatsächlich um die Erd. Und das ist ja auch. Deine Königernik. Im Moment über unsere uppl Turkey-Ref not Live. Dienen wir in den Winter. Dienen wir das jetzt ver mit einer Gange. Dienen wir Ding. Dienen wir hier. Dienen wir. Dienen wir. Dienen wir. Dienen wir. Das ist so cool. Was haben wir denn hier für... Was für ein Casebrauch? Was haben wir denn hier? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Pipes Und dann brauchen wir noch fünf von denen untertitelung des ZDF, 2020 Schuss! Uh, point. So, industrial. So, industrial. Das war's. Das war's. So, was brauchen wir denn? So, ein, zwei, drei, vier, sechs. Oh, sechs. Oh. Extractor. Oh. 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 Okay. Okay. Barrel. So. Weil hier drüber sollen dann die... ...Bücher gemacht werden. Book. Und... Ah, wie hieß das noch? Nicht Book, sondern ein... Extractor. Ex... Exterminate. Exporter, ja. Crafter. So. Oh. Mach doch einen weiter rüber, damit ich noch... ... ... ... ... So, und während das jetzt durchläuft, mache ich eine kurze Pause, dann sehen wir uns gleich wieder und machen dann den Sorter hier fertig und dann muss ich mal gucken, wie gut der funktioniert. Also bis gleich. So, und während das jetzt durchläuft, mache ich eine kurze Pause, dann sehen wir uns gleich weiter. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und noch mal Untertitelung des ZDF, 2020 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 Habe ich noch irgendwas? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, und jetzt nochmal. Und jetzt nochmal. Okay, damit sollte das ja alles sortiert sein. Okay, super. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, dann können wir jetzt mal anfangen ein paar Sachen auszusortieren. So, dann können wir jetzt mal anfangen ein paar Sachen auszusortieren. Was können wir denn noch exportieren? So, dann können wir jetzt mal anfangen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Das wird ganz schön nervig, hier alles durchzusortieren. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Iron Axe... Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So So wollen wir dann mal den So 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 Anything else? Black. Oh. Ups. Dann machen wir das hier noch hübsch. Oh. Upsch. 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 Äh, hopp. Okay. Wenn ich jetzt eine Vector Blade Plate geht das kaputt aaa sauber ein 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 Okay. cool da wünsche ich dir da viel Spaß habt ihr für heute irgendwas geplant oder einfach nur zusammen zocken ah ok also erstmal nur ganz viel bauen oder wie ok Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, so... Oh, nee. Okay, so... Okay, so... Okay, so... Okay, so, ob das funktioniert... Roll. So... Redstone, ne... So, ich will nämlich hier jetzt einfach mal... Das... Transporter... Jack... Kann ich gleich das Leben bauen... Ah, nee, ich brauche noch eine... Weil... Die Amp ist... 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 Okay, super... Die Amp ist... Mobgrinder... Und da... Baby-Tor... So... Licht aus... Wind an... Oh... 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 Okay... Okay... Two... One... Die Amp ist... Das ist... Das... Hace... Okay, nehmen lieber die Exchange Box und Tintet Glas. Hmm. Muss man weiter nach hinten gehen oder was? Ich geh überstattet von uns. Hoppala. 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 Okay. Das ist ja wenigstens fast. Äh, so. Das ist ja wenigstens. Das ist ja wenigstens. Das ist ja wenigstens. Das ist ja wenigstens. So. Und noch eine Redstone Lamp. Redstone. So. Ähm. Damit würde ich hier ganz entspannt drauf sitzen können. Sonst sollte eigentlich alles erleuchtet sein. My key. Item. Swap. So. Und dann. Den hier. Oh. Viel zu weit. Ah. Fünf braucht er doch. Ja. Das war's für heute. Wie sieht's jetzt aus? Wieso will der nicht? Ah, war ich den Empfänger ausgesucht. So, jetzt empfängt er. Okidoki. Okidoki. Jetzt den Wache. Den Wache. Oh. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Back to the top. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, cool. So, aber wir haben ja hier noch vom Grinder, Correlaris und Schalker. Schalker wollte ich nicht. Mamek. Bein wollte ich nicht. Reaper. Citadel Keeper. Oh, was war denn das? Oh, ich glaube, das war die Tower Guard. Oh, okay. Buckets. Okay, Experience here. Schalker. Schalker. Happy birthday, Darko! Happy birthday, Darko! Happy birthday, Darko! Oh Gott. So. So, das hier war ein Ryserskeleton. Glaze brauchen wir überhaupt nicht mehr. Da können wir ein Mamek rein. Und hier, wenn die Kede auch nicht, dann mal testen. Ob das denn gespawnt werden kann. Schalker. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, den hier nehmen wir mit. Wir lassen ihn fallen. Den setzen wir... ...hier hin. Den Spawner von Kolossus. Skeleton Spawner. Oh, das war der. Spawner. Ach, der ist unten. Hier müsste drin sein. Yes, Kolosser Spawner. Oh, die Mimic wird echt kacke werden. So, Mobs hat einen Iron. Also... ...create... ...den Controller... ...nein... ...eine... 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 ...neine... Oh cool, der ist Bord. Okay, Leist, Chanted Dart, Gold Dart, Alpen Ring, Chest, Gott. Okay, Leist, Chanted Dart. Ich habe ziemlich viel Schrott dann weggeschmissen, damit wir hier bloß nichts im System haben. Okay, Leist, Chanted Dart. Okay. 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 Das war's für heute. Okay. Okay. Das funktioniert. Mimic habe ich auch. Schön. So. Stars. Stars. Tarkars. Infinity. Ah. Also. Next Ziel. Stars. Das ist Shaber. Und. Resorbbilder. Und. Infinity. Das ist so krass wie viel da kommt. So. Ähm. Was brauche ich denn für. Also. Wir brauchen eine Stars. Shaber. Ein. Bilder. Und eine Infinity. Und eine Infinity. Ah, die Add-ons, die kann ich auch noch machen. So. Ähm. Industrielle Vorgaben. Add-ons. Das mit dem Wizard, das interessiert mich noch. Weil ich brauche eigentlich nur ein bisschen Äthergas. Damit ich daraus eine Biene herstellen kann. So. Wir haben das Add-on vergessen. So. Acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf, sechs. Sieben. Echt. 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 10 12 So Gibt es hier Industrial Falling Und dann gibst du auch hier Bestand ein Irgendwas mit E-Tabeln Affinity Charger E-Packet Witze Washing Factory Industrial Ach dann bauen wir doch mal eben einfach Äh äh So Bilder Oh mir fehlt Etergas Dann eine Stasis Chamber So Wofia You need this to hold the Wither in place So you can extract Etergas from it Ah Ah Okay So und wie bekomme ich Etergas Laser Drill Fluids Laser Drill Fluids Purple Laser Lens Over Wizard Ich glaube dazu gucke ich mir mal ein YouTube So Das Trill Vorkoing Äh Äh Ähm Ähm Etergas So Ähm Etergas Eins Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Schuss. Ja. Okay, also ich habe ein YouTube-Video geguckt, also machen wir mal, also Industrial, wo haben wir es denn? Laser Drill und wir brauchen eine Laser Drill Base. Na komm. Da haben wir sie und hier müssen wir die Stasis Chamber haben, also diese zwei als erstes, dann brauchen wir Blöcke als... So, so... Okay, das funktioniert. Das funktioniert auch. So, und jetzt brauchen wir Gates. Jetzt hier. Äh, eins hier und das hier braucht kein... Okay. Laser... Oh. Okay. Also... Bauen wir eben noch Laser Base. Laser... Stopp. Bauen wir uns eben Ether Gas. Brauchen wir 10 Buckets, glaube ich, für. So, und da gehen wir ran mit Importer. Und... Ach, wir brauchen noch die Updates Industrial. Speed Update. Also... Drei... 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 Upgrade meine ich. Drei... 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 Okay. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Bitte zeig mir Ithagas an. Jetzt gibt's noch wunderschöne die Abwechslung. Achtung! Ja, eee. Hallo? So, wir pumpen jetzt den Wizard ein wenig um Gas an, damit wir neue Add-ons im Industrial Foregoing bauen können und ich will die Nuke befüllen und mal gucken, was passiert, wenn man die zündet. Ich würde dafür in die Mining-Dimension gehen, aber zum Bauen der Nuke braucht man Äther-Gas, also testen wir das Ganze mal. Das dauert ja ewig und drei Tage. So. 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 Okay, brauchen wir zehn Stück? ... Okay, hier muss ich mal durchgehen. Cage Treat Lauren Elle Smells Elle Sous Tick Okay. Okay. Was ist das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich hab hier Kacke gebaut. Die Bienen drehen ein wenig durch. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, 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 oh Ops. 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 Amen. Äh, wie war das nochmal productive? Oh, da habe ich so viele, mir hatten die Enderperlen gefehlt, die habe ich jetzt auch reichlich wiederbekommen. Oh, da habe ich so viele. Oh, da habe ich so viele. So, an was ernährt die sich denn? Amber Encased Whistle. Oh, da habe ich so viele. Und wie kriege ich? Okay, dann gucken wir mal. Oh, da habe ich so viele. Oh, da habe ich so viele. Ah, was anderes gewesen? Äh, productive bees Amber. Oh, da habe ich so viele. Oh, da habe ich so viele. Oh, Gott. 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schade! 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 Ether... Gas... Schade! 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist wirklich simpel. Schade. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Meine Emberbees waren erfolgreich und die haben jetzt den Wither in Ember encased. Das sieht das geil aus. Ja und damit müssen wir jetzt noch einen zweiten kriegen und dann können wir Äthergas abbauen. Das heißt wir können jetzt unsere Biene mit Äthergas benutzen. Okay. 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 So. Okay. 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 Oh, Gott. So, also, wir haben jetzt Pink Slime, Pink Slime, Aether, Aether und Aether und die ernähren sich von den... Oh, Gott. Also, wir brauchen Pipo, Bsmall, Spawn, X. Dann kann man alle möglichen Viecher abbauen. Wie bescheuert. Ja, ich weiß, das habe ich. Wizard Builder. Okay. Oh. Okay. 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 So, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Also dit und white concrete. Okay. 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 So, der hier wird interessant. Tja... Okay... Etter... Daktiv... Etter... Ettergas... Tja... Tja... Okay... Dann haben wir die... Als nächstes kommt 10 von denen... Tja... 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 Die Emberbees haben einen Angriff auf den Wither gestartet und haben ihn gerade eingefangen. Nice. Ja, das ist der, wie heißt das gleich noch, der Wither. Und den haben wir jetzt gerade in Ember eingeschlossen, also in Wachs. Wachs ist doch Ember, oder? Aus einem einfachen Grund. Ich habe hier Bienen, die futtern das. Deswegen brauchen wir diese Emberbees auch, um Äthergas herzustellen. So. Dann Treat. Cage. So, das Ganze machen wir eigentlich nur am Anfang jetzt erstmal, um die Pink Slime Bees in Äthergas Bienen zu verwandeln. Oh. Äther, Äther. Pink Slime. Richtig, richtig gut. Jetzt müssten wir mega viel bekommen. Gut. 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 So. Okay. So, was brauche ich denn alles für eine Nuke? Hatte ich hier nicht? So, was ich war hier nicht? Host 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 5, 7, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 14, 16, 17, 18, 20, 18, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 23, 25, 26, 27, 21, 22, 23, 23, 25, 26, 27, 27, 28, 27, 28, 29, 29, 29. Das war's für heute. Okay, nice. Ich will mal eben gucken. Wie man ein New Build. 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 Okay Oh Oh Nice Ok den können wir auch mal zerstören Oh Ich hoffe der macht nicht alles kaputt Wow der hat ein Block gekriegt Kann man jetzt nicht meckern Äh Wait Okay 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 So Okay Wie kann ich die laden Okay 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 Oh Das ist ja auch noch echt die M's da so Okay Das ist echt keinem erzählen Und Okay 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 Das war's. Das Problem noch den Roboterarm, ey, das ist auch beendet. Oh Gott. Oh Gott. Brauchen wir denn? Ich kann vorher sowas hören. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Äh. Nehmen wir den hier einfach mal. Zwei, drei, vier, fünf. Zwei, drei, vier, fünf. Zwei, drei, vier, fünf. Zwei, drei, vier, fünf. Oh. Oh Gott. Zwei, drei, vier, fünf. Zwei. 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 Zwei, drei, vier. Kann ich das jetzt noch umstellen? Ja. Das hier ist die Mitte. 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 So. Agenda. Das hier ist die Mitte. Pink. Pink. Okay. Okay. Das ist die Mitte. Das ist die Mitte. Das ist die Mitte. Das ist die Mitte. Okay. Okay. Das ist die Mitte. Okay. Okay. Pink. Okay. Okay. Das ist die Mitte. Das ist die Mitte. Das ist die Mitte. Okay. Das ist die Mitte. Das ist die Mitte. Das ist die Mitte. Die Mitte. Das ist die Mitte. Das ist die Mitte. Das ist die Mitte. Die Mitte. Das ist die Mitte. Das ist die Mitte. Das passt da perfekt rein. Das ist die Mitte. Das ist die Mitte. Die Mitte. Kann ich mit X-Netz sehen? Mac.com Ich fülle mal eben ein Kontur. Ich fülle mal eben ein Kontur. Ich fülle mal. Ich fülle mal ein Kontur. Ich fülle mal. 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 So. Oh. Ich fülle mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So... ... 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 So, mal gucken, ob das jetzt Geschwindigkeitstechnisch besser... Oh ja! Das läuft eindeutig besser. So, mal gucken. Nice. ... ... ... Untertitelung. BR 2018 So... ... 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 Okay. Das war's für heute. 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 Okay... 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 Rainbow... Rainbow tree... Okay... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Gott, kommt da viel runter? Was ist das? Sind das Spawner? Sind das Spawner? Sind das Spawner? Okay. Oh. Hmm. 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 Okay Oh 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 Okay. Blog, Musik-CD. Gab es nicht mal eine Map? Ja. 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 Dachte ich mir auch. Ich such die gerade. Oh, da oben. Ich sehe sie. War hier die Nager drin, ne? Ja. 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 Das war doch nicht die Nager. Ja. Das war doch nicht die Nager. Ja. Ja. Das war's für heute. Das war's. Das war's. Das war's. Ach, wie ging der denn nochmal? Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Ja. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.